hi heute mal ein etwas anderer test der ist schon fast retro wie lange netzteile erhalten und wann man diese unbedingt austauschen sollte und muss ist ein thema das manche diskussionen regelrecht ausufern ließ ein zuschauer hat nach über zehn jahren täglicher nutzung sein system erneuert und im zuge dessen das netzteil auch ausgetaucht ich hatte ja schon mal ältere netzteile die über zehn jahre in benutzung waren nachgetestet das etwas längere video verlinke ich euch noch mal falls ihr das nicht kennen solltet er hatte mich jedenfalls deswegen kontaktiert und war neugierig wie gut oder wie schlecht sich das alte netzteil noch schlägt bei dem netzteil handelt es sich um eine saisonic s12 2 mit 380 watt leistung lauter seriennummer dritter quartal 2009 produziert es ist eines der ersten s12 2 das auch 80 plus bronze zertifiziert worden ist die davor waren noch 80 plus standard für seine fast zwölf jahre ist das netzteil optisch in einen relativ guten zustand was auch im inneren nicht von sehr viel staubbedeckt ist wer denkt zu der zeit waren core2duo noch top aktuell die ersten intel i7 und i5 cpu erschienen und eine geforce 285 gtx war high end heute alles eher schon was für den retro pc also teststation programmiert netzteil angeschlossen und kurz durchgetestet und jetzt schauen wir uns mal die ergebnisse an der wirkungsgrad ist für das alter noch gut deutlich über 85 prozent und selbst bei 100 prozent last knappe 84 prozent die werte zu erreichen damit haben einige neue netzteile heute immer noch probleme jedenfalls die ganz billigen die spannungen sehen auch ganz gut aus der spannungsabfall bei symmetrischen lasten von 10 auf 100 prozent last ist im guten bereich weit innerhalb der 5 prozent grenze der ATX spezifikation bis hierher alles ganz gut bei der restwelligkeit wird es ist spannend denn alternde elcos offenbaren oder kündigen ihr baldiges ablegen meist an diesem punkt ganz gut an aber auch an diesem punkt alles weit innerhalb der spezifikation maximal 52 mv auf der 12 volt leitung was weit unterhalb der 120 mv grenze ist und die 30 mv auf 5 volt bzw 23 mv auf der 3,3 volt sind auch innerhalb der 50 mv grenze und vollkommen unbedenklich also die ergebnisse dieses kurztests fallen überraschend gut aus da können sich wirklich bei aktuellen netzteilen noch eine scheibe von abschneiden werfen wir mal einen blick ins innere des netzteils das sysonic s12 ist nachdem ich den staubsauger angeworfen hatte auch wieder halbwegs gut erkenntlich jedenfalls ausreichend um die elcos unter die lupe zu nehmen aber auch hier fällt einem nichts direkt ins auge alle elcos noch in gutem zustand hätte fast gesagt sieht aus wie neu kommen wir zu den fads für seine 12 jahre lieferte das sysonic s12 insgesamt immer noch gute ergebnisse einzig der lüfter gab leichte geräusche von sich im offenen aufbau war das wahrnehmbar nichts dramatisches und vermutlich braucht das doppelkugel lager nur nach all diesen jahren etwas russisch öl aus einem geschlossenen gehäuse wäre das wahrscheinlich nicht wahrnehmbar gewesen so viel zu dem thema das netzteile nach drei jahren fünf jahren unbedingt ausgetauscht werden müssen bei den ergebnissen spricht nichts dagegen dieses netzteil eigentlich weiter einzusetzen würde ich es empfehlen das zu tun ja denn pauschal kann man darauf keine antwort geben das hängt etwas vom netzteil und vom umfeld ab in denen es zum einsatz kam wie gesagt waren die s12 2 damals solide und durchaus als hochwertig einzuordnende netzteile hersteller die heute vielleicht gute netzteile bieten die hat nicht unbedingt gute produkte vor zehn jahren und umgekehrt somit kann man die ergebnisse des s12 2 nicht einfach auf andere netzteile übertragen ich verweise hier nochmal auf das video was ich am anfang schon erwähnt habe das cooler master netzteil hat sich da nicht wirklich von der besten seite wir haben hier aber ein netzteil das in einen guten und gepflegten pc zum einsatz kam und auch nicht die ganze zeit maximal belastet wurde das wirkt sich natürlich auch positiv auf die lebensdauer aus auch wenn es hier eher eine stichprobe ist zeigt der test dass hochwertige netzteile durchaus nach ein paar jahren in ein neues system weiterhin übernommen werden können jetzt kommt aber das aber nur weil es heute gut aussieht heißt das nicht dass es die kommenden monate und jahre so bleibt ich habe die folgende grafikkarte mal vor paar jahren eingelagert und als sie mir später einige monate nach dem einlagern in die hände fiel hatten fast alle elcos schon geworfen somit sollte man das nicht endlos machen besonders nicht bei netzteilen und das netzteil über mehrere systeme immer wieder übernehmen irgendwann sollten netzteile entweder im alten system belassen oder nur als notfall ersatz beiseite gelegt werden wenn euer rechner euch wichtig ist und relevante daten enthält ihr davon abhängig seid für die arbeit oder auch wenn ihr nur zocken wollt solltet ihr irgendwann an einen punkt kommen und das netzteil nicht mehr in ein neues system übernehmen in irgendwelchen ohraltrechnern können diese aber verbleiben da ist es eher nicht so kritisch jedenfalls solange sich nicht irgendwelche probleme aufzeigen es gibt noch einen anderen grund wieso diese netzteile nicht mehr in allzu moderne systeme übernommen werden sollten einerseits haben sich durchaus die anforderungen in der zeit an netzteile verändert wir sprechen hier von nochmal betont über zehn jahren ja also atx spezifikation und auch neue energiesparmodis sind hinzugekommen aber auch die lastwechsel selbst kleinere moderne systeme besonders gaming pcs könnten gruppen regulierte netzteile wie dieses aus den takt bringen aber ich denke darüber sollte ich vielleicht noch ein weiteres video machen so ich hoffe das war informativ und falls euch das video gefallen hat und ihr davon mehr sehen wollt oder andere vorschläge habt dann lasst es mich in den kommentaren wissen ich verabschiede mich bis zum nächsten netzteiltest bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.